Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Flash Game, Election Fight und hört euch mal das geile Lied an. Das wird noch geiler. Egal, ich packe das am Ende rein, dann könnt ihr es wieder hören. Wahrscheinlich werde ich da wieder was hesitieren. Ja. Scheiße, oh hey, wow. Natürlich Donald Trump. Alles klar. Oh, ich weiß nicht, ist das zu laut? Was ist das? Ah, nein. Doch, ey. Was soll ich denn machen? Einfach nur so? Ah. Okay. Krieg hier, tu. Mehr ist das nicht. Ah, doch. Donald Trump versus Hillary Clinton. Hä? Alter. Die hat er uns gegeben, ey. Alter, die gibt er uns. Ah. Bum, Alter. Ich bin Donald Trump. Komm her, ey. Oh, das ist mein Kampf. Also, ja. Komm. Bam, ey, ja. Finishing. Na? You win. Natürlich hab ich gewonnen. One, two, fight. Ah, ja. Bam. Ich glaub, meine Leertaste hört man vor. Na? Hä? Special Attack. Aber... Und wieder... K.O. K.O. Donald Trump versus Hillary Clinton. Hä? Hä? Oh, Alter. Ach so. Hä? Ah. Bam, bam, bam. Komm her. Ich bin Donald Trump. Der Trump von Donald. Also, äh, ja. Wenn ihr das seht, äh, jetzt grad live bei mir ist, ähm, 0.39, ähm, Mittwoch der neunte, glaub ich. Müsste es sein. Äh, ich hab keine Ahnung. Ähm. You win. Ähm. Also, ich glaub, in 20 Minuten so circa beginnt das Zen halt. Also, wenn ich das hier aufnehme. Also, ich hab hier noch gar keine Ahnung, wer gewonnen hat. Aber ihr könnt ja mal, äh, schreiben, für wen ihr, äh, seid. Gewesen seid. Alter, jetzt geht die ab. Jetzt geht die ab. Alter. Die füdet. Die sei der Feuert. Alter, wie macht man Spächer-Move? Warte. Ah, mit X geht auch. Alter. Hallo? Ich hab keine Ahnung. Alter. Ja, komm. Ich mach jetzt irgendwas. Ey, komm, Spächer-Move, ey. Der Tritt of Donation. Also, nicht wenn, dann auf Doomaler. Zack, zack, zack. Okay. Oh. Ja, ihr könnt auch schreiben, wie weit ihr hier gekommen seid. Äh, es ist ja so, dass, ähm, ich das ja immer unten verlinke. Ich sag, C, was? Oh. Halt, ich will. Nee. Oh. Da kassiert der Trump jetzt. Oh. Du füdet. Irrelevant. Komm. Zweite Runde ist für uns. Ah, ja. Komm. Mann, Donald Trump. Du weißt. Du bist blond. Okay, die auch. Mist. Ah, Mann. Okay. Oh, nein. Nein, nein. Oh, da hab ich aus Versehen ganz kurz, ähm, äh, auf, man, bin ich auf meine Aufnahmetaste gekommen. Also, sorry, wenn ein paar Sekunden weg sind. Ja, defeated. Damit hab ich offiziell verloren. Naja. Continue. No. Naja, irrelevanter würde ich sagen. Ich freu mich über den Dislike. Und bis dann. Bis dann. Ich freu mich über den Dislike. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020